Ja, da sind wir auch schon in Runde 1 und dann hoffe ich mal, dass ich im Extended mit Valakut ja besser abgehe als im Standard. Da lief es ja nicht so gut. Naja, das ist eigentlich keine gute Hand. Wir haben aber einen Fallout, was wir noch casten können und wir keepen das mal. Ja, da spielen wir gegen Fische. Oh, natürlich ziehen wir noch einen Scapeshift. Na, das regt mich gerade schon wieder auf. Ja, und das bekommen wir nicht durch. Ja, und daraus wird wieder der Hammer. Ja, der wäre jetzt ideal ein Lord. Genau, den wollten wir auch haben. Das kalte Weg cast man natürlich gerade nicht. Und ja, dann hoffe ich mal, dass er jetzt vielleicht noch weitere 1,1 oder 2,1 erlegt. Und falls durch ein Lord kommen sollte, spielen wir natürlich einen Response vor, das Fallout. Ja, so natürlich den Schaden wollen wir jetzt nicht schlucken. Und dann kommt jetzt direkt das Fallout. Mal schauen, ob wir uns kultivieren dürfen. Dürfen wir nicht. Hat halt noch eine Karte gezogen. Ah, das gelingt nun. Und dann kommt mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.